Herzlich willkommen zum Mediale Energetiktreff zu einer neuen Meditation und heute werden wir uns einmal anschauen, welche falschen Bilder, die du selber vielleicht auch noch gespeichert hast, über dich selber zu einem enormen Leidensdruck führen. Wenn Meinungen kollidieren, die zu Streit führen, zu Verzweiflung führen, die zu ganz viel Krampf in deinem Leben führen. Das heißt, wir werden eine Entspannung schaffen, ohne jetzt das Umfeld wirklich zu verändern, sondern einfach so deine Meinungen über das Umfeld auch zu lösen und damit auch in deine Kraft, in deine Qualität, damit du in deine Wirklichkeit tief eintauchen kannst und gestärkt und klar diese Zeit bestreiten kannst. Und da geht es jetzt zuerst einmal darum, dass wir innere Missverständnisse oder innere Meinungen über uns selber einmal lösen, also über dich, deine eigenen Meinungen einmal lösen. Und jetzt atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und schau mal, dass du ganz in dich, in dein Bewusstsein hineinkommst, in dein Zentrum. Deine Alltagsgedanken ziehen einfach an dir vorbei und du wirst ruhig und entspannt. Deine Unsicherheiten fließen von dir ab und du wirst ruhig und entspannt. Sämtliche Ängste und Sorgen fließen von dir ab und du wirst ruhig und entspannt. und du erlaubst dir nun in deiner Kraft, in deiner Mitte zu sein und aus dieser Mitte heraus authentisch, klar und unverblümt, dir dein eigenes Wesen zu betrachten. Und dein Wesen ist natürlich unendlich. Aber wir schauen uns heute einen Aspekt von deinem Dasein an und zwar der Punkt, wo Stress im Miteinander, wo Leidensdruck im Miteinander entweder schlummert oder immer wieder eskaliert. Das kann in Freundschaften sein, mit Arbeitskollegen, in Partnerschaften, in Beziehungen, in Familiensystemen. Und jetzt überleg dir einfach mal, mit welcher Person in deinem Leben, mit welcher Person in deinem Leben, die aktuell in deinem Leben ist, hast du den meisten Stress oder Streit? Mit welcher Person in deinem Leben hast du den meisten Stress oder Streit? Schau mal, wer da auftaucht, wer dir da einfällt. Und dann erlaube dir mal, diesen Stress, diesen Streit zu lösen. Und das erste ist mal, in der Mitte, stell dir dir mal vor, die Person steht vor dir und zwischen euch in der Mitte steht die Ursache für den Stress, für den Streit. Und du nimmst wahr, dass diese Person sich ihren Teil jetzt nimmt, von diesem Haufen, der da in der Mitte ist. Und du nimmst dir deinen Teil vom Stress und Streit, deine Verantwortung. Alles, was da zu dir gehört. Und jetzt schau dir mal diese Energie des Stresses und des Streits an. Was ist denn da deine Verantwortung? Auf welchen Ebenen hast du manipuliert? Hast du vielleicht, warst du vielleicht mit Worten gewalttätig, warst du unachtsam? Aus welcher Ebene kam das? Was ist denn da? Und diese Teile, die du dir da jetzt rausnimmst und du mal anschaust und dir einfach mal bewusst machst, was ist denn da deine Verantwortung? Die nimmst du jetzt nochmal ganz klar her und jetzt bittest du mal um Vergebung und Erlösung dieser Themen. Vergebung, Erlösung und Heilung kannst du auch dazu nehmen. Vergebung, Erlösung und Heilung dieser Themen. Und du spürst, dass aus der geistigen Welt jetzt wirklich so Kräfte da reinfließen, also Heilungsenergien reinfließen und diese Aspekte jetzt einmal transformieren. Und du spürst, dass der Bewegung rein kommt in diesen Anteil, den du hast und dass sich das klärt, löst und transformiert. Und es fließt wirklich tiefviolett, also von tiefviolett bis tiefrot, also wirklich der ganze Regenbogen, die ganze Farbenpalette, alle Aspekte fließen da jetzt energetisch rein in diese Energien. Und Heilung kann da angenommen werden, kann da umgesetzt werden, kann da wirklich in die Lebendigkeit reinkommen. Und du spürst jetzt diese Power, diese Durchsetzungskraft und du spürst auch diese Lebensenergie, die da vibriert und die wirklich jetzt deine Verantwortung an dem Konflikt, an der Person, wo du die meisten Stress hast in deinem Leben, jetzt wirklich mal so richtig rauslöst, also deine Verantwortung löst sich raus und Gnade und Vergebung fließen in dich ein. Und nun bitte diese Person, wo du am meisten Stress hast in deinem Leben, auch um Entschuldigung für diesen Konflikt. Ich entschuldige mich für meinen Anteil an diesem Konflikt. ich entschuldige mich an meinem Anteil an diesem Konflikt und ich bitte um Vergebung. und spüre jetzt einfach mal, wie diese Vergebung in dich einfließt, wie sie dich heilt und nimm auch wahr, dass dein Gegenüber diese Entschuldigung annimmt. Und nun mach dir mal bewusst noch mal ganz klar, wo liegen deine Hauptmanipulationsschalter? Und was hast du eingesetzt bei der Person, mit der du jetzt am meisten Stress hattest? und lass jetzt einfach mal so heilende Energie in dich einfließen, sodass sich diese Konflikte lösen können und du völlig ruhig, klar und entspannt diese Energie des Konflikts loslassen kannst, aber auch natürlich die volle Verantwortung für deine Themen, die dazu beigetragen haben, deine Manipulationen übernimmst. Und du kannst und spüre jetzt mal ein Erweitern deines Feldes, als jetzt wirklich diese Person, wo du den meisten Stress hast, wirklich so dieses Bild sich löst und du einfach weiter breier und klarer wirst. Und atme jetzt mal tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt mal, dass du dich ganz klar nochmal von diesem Konflikt verabschiedest. Vielleicht gar nicht von der Person, aber auf jeden Fall vom Konflikt mit dieser Person. Verabschiede dich. Und nun erlaube dir einfach mal das zu verdauen, was du wahrgenommen hast. So einfach mal, dass sich das aus deinem Energiefeld nochmal loslöst, dass du wirklich sagen kannst, okay, ich werde jetzt ruhiger, ich werde stabiler, ich werde klarer. und spüre jetzt auch vor allem eines oder bitte mal um eines den Mut, dein Herz zu öffnen. Den Mut, dein Herz zu öffnen. Ich habe den Mut, mein Herz zu öffnen. Den Mut, dein Herz zu öffnen. und in dieser Energie, ich habe den Mut, mein Herz zu öffnen, dieser Öffnungsenergie, ließen jetzt mal gestaute Emotionen ab, und in diesem Licht der Herzlichkeit, der Liebe, betrachte jetzt nochmal alle Personen in deinem Leben. Jeder, jede Person, das ist im Solarplexus, die du kennst, kannst du jetzt nochmal betrachten. und zwar unter dem Aspekt der Liebe. Wo fließt diese Herzensenergie und wo fließt sie nicht? Wo ist es authentisch? Wo ist es nicht authentisch? Und überall, wo diese Liebe fehlt, wo diese Authentizität fehlt, diese Ehrlichkeit, diese Kraft der Liebe, überall, wo das fehlt, lade sie nun ein. Die Beziehung deiner Eltern plus Liebe zum Beispiel. Die Beziehung zu deiner Partnerin, zu deinem Partner plus Liebe. Die Beziehung zu deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen plus Liebe. und du spürst es, dass sich dein soziales Umfeld entlastet, dass es freier wird. Und dass du klarer und selbstbestimmter wirst. und dass du nun ausgehend von deiner Basis, von deiner Wirklichkeit, von deinem Wurzelschakra, dem was dir entspricht, nun sowohl von oben mit der Liebe als auch von unten vom Wurzelschakra her, dass du da ganz authentische Kontakte und Menschen in dein Leben einlädst. Alles Zwiespältige, alles Rätselhafte, alles was ein bisschen vernudelt ist, alles was ein bisschen so ums Eck gedacht ist, alles nicht authentische fällt jetzt weg. Und du wirst merken, dass dein Umfeld, dass du selber auch in deinem Umfeld klarer, energievoller und authentischer bist. Und dass das Sprichwort weniger ist, mehr wirklich gilt. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus und du spürst, wie sich dein Solarplexus, deine Kontakte auch nach außen reinigen. Wo wirklich eine ganz, ganz tiefe, tiefe Reinigung stattfindet, ein Auslesen und ein Reinigen. Und in dieser Qualität, in dieser Energie spürst du jetzt, dass du mehr Freiraum hast, mehr Kraft und Klarheit für deine Wirklichkeit und dass du auch authentischer bist. Dass sämtliche Manipulationsspielchen, Macht und Unmachtthemen sich jetzt reinigen. Dass du selber in deiner Freiheit, Klarheit und Selbstbestimmtheit dein Leben so gestalten kannst, auch auf der sozialen Ebene, dass du dich absolut wohlfühlst, hundertprozentig dich wohlfühlst. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Bedank dich bei allen Menschen, die du jetzt verabschieden konntest und auch bei allen Energien, die jetzt verabschiedet wurden und spür noch mal so Eigenliebe und Authentizität, spür das noch mal nach und spür noch mal in dich rein und spüre jetzt, dass sämtliche Erschöpfung, Erschöpftheit von dir abfällt und du klar und kraftvoll dich auf deine innere Energie fokussierst und absolut selbstbestimmt und klar deinen Weg gehst. Spür jetzt noch mal diese Flexibilität, diese Klarheit, Atme noch mal tief ein und wieder aus und dann streck dich durch und komm in deinem Tempo diese Zeit in diesen Raum ins Hier und Jetzt zurück. Spür noch mal was sich jetzt getan hat während dieser Übung. Bedank dich bei der geistigen Welt, bei deinen geistigen Helfern und Führern für die Unterstützung und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt in diese Zeit in diesen Raum zurück. Wie ist es dir bei dieser Übung gegangen? Was hast du empfunden? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare rein, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonnier den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliverni. Tschüss. Die Untertitelung des ZDF, 2020